Hi. Meins, hi. Na, wie geht's dir? Gut und selbst. Gut und selbst? Gut und selbst. Ja, schön, danke, dass du fragst. Wie war die Arbeit? Gut. Ich bin gleich wieder da, Leute. Hast du Menschenleben gerettet? Hast du Menschenleben zerstört? Du musstest überlegen, okay, was war? Ja. Also entweder hänge ich das auf oder dich. Hänge das Bild auf. Okay. Hänge sie auf. Hänge sie auf. Sie talkt schon wieder. Sie talkt too much. Bitch. Knutsch mich. Danke. Das ist meine Freundin, hi. Ich hab hier aufgeräumt. Nein, ich hab die Sachen von der Gamescom. Das ist auf... Du siehst nur nicht. Du siehst... Du siehst es zwar, aber du schaust nicht hin. Ha! Was die Babys und ich für dich hier geleistet haben. Weißt du, wie schnell das wieder weg geht? Aha. Ja. 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 Du hörst mir zwar zu, aber du hörst nicht hin. Da? Ne. Da? Äh... Das ist morgen überhaupt nicht mehr da? Ja? Ja. Ja, ja. Morgen. Ab wann ist morgen? Morgen. Neee. Morgen, ja? Ab morgen morgen. Ab morgen morgen. Also morgen ist es nicht mehr da. Ab morgen morgen ist es nicht mehr da. Kein Problem. Wenn du was essen willst, sag mal allerdings nichts da. Ah! Ne, ich war nicht... Das ist es, ne? Man macht den Haushalt, man macht alles. Aber Entschuldigung, die hatten deinen Apfelsaft nicht. Ha! Ha! Ich hasse dich! Oh Gott. Wen liebst du? Ich liebte es auch schon. Hast du gewusst, dass gestern Felix Geburtstag hatte? Ha! 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 Du bist ja auch so im Mützengesicht, ne? Ha! Ist ja echt schlimm. Und jetzt einfach so ein Longboard und dann reiße ich der Insolvenz entgegen, geil. Yeah! Leute! Hey, Party! Hast du mal einen Jolly, alter, grüne Brille? Was machst du mit meinen Haaren? Hast du ihn nur an, Alter? Man merkt, du warst wieder entspannt da in der Nähe. Hast du ihn nur an, Alter? Ja, ne, ich musste jetzt... Hör mal zu. Hör mal zu. Warum ich so schwierig nach Hause komme? Hm, hm, hm. Heute? Was ist heute? Ah, ich liebe dich! Hochzeitstag, ich liebe dich! Nein? Achso. Unser Zeichen. Schön. Wir haben so ein schönes Zeichen. Wer hat hier die Hosen an? Sandra nicht. Nein, eher. Das ist alles gleich geteilt hier. Manchmal darf ich nämlich auch sagen, was ich will. Wie zum Beispiel mal eine Stunde länger aufbleiben. Darf ich meistens nicht, aber ich kann's sagen. Ich bin keine Mama. Na, pah! Wer hat das denn gesagt, Mama Sandra? Richtig. Ah! Das hat sie nicht gesagt. Das hat sie echt gesagt. Das ist krass. Das hat sie nicht gesagt. Entschuldigung. Ja. Aber ich liebe dich. Oh! Ja. Ich hab Fotos gemacht. Kann ich dir irgendwann mal zeigen? Auch von mir gerade? Keine schönen Fotos. Keine schönen Fotos? Nein, auf jedem Foto sieht irgendwie scheiße aus. Du kannst gar nicht scheiße aussehen. Doch. Doch. Nein. Ja. Manchmal. Ich kenn so gewisse Momente. Ja, das stimmt. Aber ansonsten eigentlich nein. Nein. Du bist dann eher Arielle. Und nicht Ursula. Mehr Ursula. Manchmal bist du auch Ursula. Das stimmt ja. Eigentlich mehr Ursula. Ja, das stimmt wohl wirklich. Hier liegen ganz viele Flaschen. Du bist eine Flasche! Du liegst gleich hier! Das wirst du immer nicht sehen. Guck mal, da ist die Tür. Kannst du mal von außen zu machen. Ich liebe dich und so. Ihr seht nur einen Bruchteil. Nee, ihr seht alles. Es ist sauber. Ja. Liebe. Liebe. Du hast aber heute einen Ausschnitt. Ich hab heute einen Ausschnitt. Mensch, Mensch. Wup, wup. Ich muss hier mehr drapieren. Ja, der war gerade ein bisschen schräg. Muss ich den Menschen mehr gefallen, denkst du? Kann ich nicht einfach nur ich sein? Oder muss ich mich mittlerweile verkaufen? Das ist so schräg, dass gerade eben war das nur auf einer Seite. Ja, so soll das ja sein. Nee. Doch. Die Leute mögen das mehr. So muss es sein. Ja? Ja. So sieht es besser aus. Ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl in meiner Haut, ja. Guck mal, ich kann hier in deine Tüte gehen. Wup. Äh. Wup. Oh, du hast meinen ganzen Busen in. Nee, heute mal nicht. Ich dachte mir ein bisschen freier. Ohne BH? Gefällt es dir? Ohne BH? Ist halt freier, ne? Ja. Oh, ja. Ich trage auf beiden heute kein BH. Ja. Meine Busenbinde habe ich heute abgenommen. Deine Busen. Ja, ich will ja was mit dir machen. Freiwillig. Schön. Ja. Für Geld. Was? Schlup. Trägst du eigentlich heute ein BH? Ja. Ja. Sicher? Äh, ja. Hm, okay. Ich trage immer BH. Ich bin nicht so ein Freiluftschirm. Ich meine nicht. Ja. Schwitze ich dir zu sehr, als dass du meine Stirn küssen wolltest? Dankeschön. Ein bisschen schwitzt du schon. Danke. Nee. Hm. Hast du gut geschlafen? Tja, ist auch egal. Hast du gut geschlafen? Ei, hab ich ja. Wunderbar. Haul. Haul. Du bist ja wieder das Hemmlein. Aha. Ich hab mich... Ich hab mich... Das kann gar nicht sein. Ich weiß nicht wovon du redest. Ja. Nee, im Leben. Guck mich an. Guck mich an. Ich bin leider eine Medusa. Ich kann dir nicht in die Augen gucken. Guck mich an. Guck mich an. Guck mich an. Teenage Mut Ninja Turtles. Weil du gestern gesehen hast, dass es dir so gut ausschaut. Nein. Nein. Nee, das kann überhaupt nicht sein. Ich hab einfach aus Lust und Tollerei das eingeführt. Nein, du hast den Exarchiv gemacht. Ich liebe dich. Guck. Weil das Hemd so gut ausschaut. Nein. Ja. Ja. Nein. Du hübscher. Du hübscher. Probierst du gerade mich zu verführen in meinem eigenen Stream? Nein. Oh. Ich wollte nur sagen, dass du hübsch bist. Ach so. Du sagst, ich trage die Haare schön. Ja. Dann sag ich, äh, du bist hübsch. Ja. Sehr gepflegt siehst du heute aus. Ich ziehe alle Komplimente zurück. Du durch. Du durch. Ja, aber vielleicht sind sie ja schnell fertig. Vielleicht schläfern sie ja ein bisschen einfach ein und... Mithi ist wunderschön. Ja. Ich haze dich. Ich liebe dich so sehr. Ja, aber voll. Selbst wenn du einen anderen Weg gewählt hättest, wäre das scheiße. Du bist so hübsch. Ich mag das, wie du dein Haar trägst. Zum Glück kein Dutt. Jolie. Was? Nein. Bitte kein Dutt. Jolie. Jolie. Wäsche ist gemacht. Aufgehangen. Neue Wäsche ist auch schon drin. Katzenklo ist gemacht. Uh. Mhm. Bett ist gemacht. Uh. Hab mich heute ein bisschen gekümmert. Jolie. Ja. Das ist meine Freundin, Leute. Hi. Hi. Jolie. Komm nur ungeflinkt zu dir. Oh Gott. Es ist weh die Hilfe. Wo ist denn? Das war Ersteck. Das war Ersteck. Boah ist das schön mit dir. Wir lieben uns Gut, war mal wieder schön mit dir Ja, ich finde es immer angenehm, wenn du mal unvorbereitet reinschneidest in mein Zimmer und mich trittst Wie gerade Okay, ich gehe schon Nein, niemals im Leben, aber du kannst die Tür von außen zumachen Sehr schön Ich lege mit dir richtig auf Viel Spaß Danke Ich gehe jetzt, viel Spaß euch Dankeschön Wie geht es dir eigentlich? Wie? Mir? Ja, ich weiß, das habe ich dich noch nie gefragt, aber wie geht es? So erstaunlich, dass du so mich fragst Ja, ich dachte mir mal, ist ja hier im Stream ein gutes Vorbild Na sag schon Schön, tschüss Meine Damen und Herren Eva Braun Meine Freundin So Liebe 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 Sehr schön áp